Hey, Marco Müller hier, absolute Weltpremiere, denn zum aller aller ersten Mal in meinem Leben benutze ich ein Make-up. Und nicht irgendein Make-up, sondern ihr erlebt hier die Premiere Envy. Und ich erkläre es jetzt einmal für Männer. Und ich werde wahrscheinlich nie der absolute Make-up-Kunde werden, aber ich erkläre es für Männer. Wir haben hier drei Sprays, die patentiert sind und die absolut geniales bewegen. Ich erkläre es mal einfach so, wir haben einmal hier zum Ausspachteln, wir haben einmal hier zum Lackieren und wir haben einmal hier zum Versiegeln. Alle, die mich kennen, wissen, ich komme von BMW, deswegen erkläre ich es einfach so, wie es in der Autobranche damals einfach beschrieben wurde. So, jetzt haben wir eins, wir beginnen. Zu Beginn allerdings, wie bei jeder Lackierung, einmal das Umfeld abdecken, dass wirklich auch nichts passiert und nur lackiert wird, was wirklich lackiert werden sollte. Wir nehmen den Primer zu Beginn, schließen die Augen, schütteln, tut gut. Erfrischend, so, einmal, das macht man jetzt natürlich am besten vor dem Spiegel, dann sieht man auch, wo man alles, schön, einmal schön, Spachtel glatt sind, nur tupfen. So, jetzt geht es an den Lack. Hier gibt es verschiedene Farbstufen, wie der Kutschütteln, die Farbstufe vorher natürlich auswählen am besten. Wenn ein rotes Auto hast, lackierst du es nicht blau, so ist es hier auch mit verschiedenen Farben. So, einmal aufpassen, ganz kurz, Augen schließen, für die Frauen, wenn du einen Lippenstift auflegen möchtest, Lippen nach innen. So, eine gute Lappen rein. So, den Lackplatz sehen. Oben die Stirn ganz besonders. Nase, Mund. Ich habe ein bisschen zu lang drauf gedrückt, merke ich. Und die Schwaben unter euch werden es lieben, denn man muss wirklich nur ganz kurz drücken. Man braucht nur die Hälfte an Material, die ich eben angewandt habe. So, und jetzt die Versiegelung. Gehen wir dran. Einmal Achtung, nochmal schließen. So, fühlt sich erfrischend an. Schön, schön, Zeit lassen. So, man beachtet das Ergebnis. Peter Henry.